Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 19. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1065. Heute mit den folgenden Themen NASA, Tesla, Fossil, Generation 6, Cell Broadcast und MateView. Zuallererst der liebe Jeff Bezos und die NASA. Der Jeff Bezos fühlt sich auf den Schlips getreten. Der hat ein bisschen genügend Motivation, weil er nicht mehr bei Amazon arbeitet und verklagt jetzt mit seiner Unternehmung Blue Origin die NASA. Oder er möchte es zumindest, hat sie vor Gericht gezerrt und das ging nicht durch. Weshalb? Ganz einfach. Es gab eine Ausschreibung über knapp drei Milliarden, wo es darum ging, um Gerätschaften zu konzipieren, die dann die Mondlandefähre in den Himmel schiessen. Besser gesagt, auf den Mond. Und da hat SpaceX gewonnen. Und da das ja sein ewiger Dauerkonkurrent ist, hat er mal wieder geklagt. Er meinte, dass die Ausschreibung nicht ganz richtig ablief und somit der falsche gewonnen hat. Ja, Elon Musk hat ja auch schon mehrfach in die Richtung geschossen, aber er hat schliesslich gewonnen. Und somit schön, dass sich das geregelt hat, weil dann können sie bald schon auf den Mond. Hoffe ich doch für sie. Tesla recycelt bis zu 92% der Materialien in Batteriezellen. Was für eine tolle Überschrift. Schon länger hat Elon Musk erwähnt, dass er eben in die Richtung was tun möchte, dass man aus alten Teilen da mehr rausholen möchte, umweltgerechter werden und so weiter. Und vor allem eben auch weniger Rohstoffe verbrauchen für die ganzen Elektroautos. Und das scheint er jetzt geschafft zu haben. Bis zu 92% holt man da raus. Finde ich toll. Sollten sich andere Hersteller eine gehörige Scheibe davon abschneiden. Funktioniert aber vor allem auch deshalb so gut, weil Tesla ja nicht nur die Autos macht, sondern auch die eigenen Batterien konzipiert und zusammenbastelt und schraubt etc. Dann gab es einen Leak. Nachdem in der letzten Woche die Samsung-Uhr vorgestellt wurde, ich habe schon mal davon gesprochen, hat Fossil selber mal was gesagt, wir hätten da was und jetzt ist anscheinend per Zufall ein paar Informationen rausgepurzelt über die neue Uhr. Ein 1,28 Zoll grösser OLED-Display soll es sein, auf zwei verschiedene Grösse, 42 und 44 Millimeter, wie es halt so immer der Fall war bis jetzt. Wasserdicht ist das Ganze, aber interessant ist vielleicht der Prozessor. Hier kommt nämlich der 4100er Plus SOC zum Einsatz vom Qualcomm, ein Snapdragon-Prozessor, der ein bisschen energieeffizienter ist, Bluetooth 5.0 an Bord hat und 8 GB Speicher. So hält das Ganze bis zu 24 Stunden. Und dann gibt es noch so einen extrem stromsparenden Modus, der dann über Tage anhalten soll. Bei den ganzen Geschichten, was er kann, das schauen wir uns an, wenn es dann soweit ist. Wie gesagt, es war ein Leak, aber ich könnte mir vorstellen, dass da jemand dahinter gehockt ist, der das offiziell in die Wege geleitet hat, wie man so schön sagt. Zell-Broadcasting ist nicht erst seit der traurigen Geschichte rund um die Überflutungen in Deutschland und Holland etc. wieder ein Thema. In Deutschland, so scheint es, wird das Ganze bald schon Realität werden. Was ist das? Sobald in einem gewissen Gebiet irgendwelche Warnungen draussen sind oder Störungen auftreten können, werden alle Smartphones, die über die Antennen in dem Gebiet eingeloggt sind, eine Message bekommen. Und zwar egal, ob das Smartphone auf leise ist oder nicht, mit einer Warnung. Ich frage mich hier schon lange, warum es das nicht gibt. Weil die ganzen anderen freiwilligen Apps, die kosten sehr viel und bringen in den wenigsten Fällen etwas. Ich sehe es bei uns mit der Alert Swiss, die zwar toll ist und gute Warnungen abgibt, aber teilweise mir auch wahllos aus anderen Kontoren Dinge schickt, die ich nicht wissen möchte. Oder zumindest nicht so dringend, dass eine Push-Notification bedingt. Dann möchte ich euch noch hinweisen auf ein neuestes Video, was ich online gestellt habe, von meinem neuen Podcasting-Monitor, in dem ich gerade blicke und der mir viel Freude bereitet. Das Video zum Huawei MateView ist online. In den Shownotes ist ein Link da, wo ihr euch das anschauen könnt. Fragen und Kommentare natürlich auch da gerne gesehen, wie hier zum Podcast. In diesem Sinne, euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.